Warum hab ich eigentlich ne Tür mit dem Tag? Ein Jojo, nicht mehr aus der Tür. Achso. So, let's go. Ja, was wollen wir machen? Keine Ahnung. Wollen wir Plantera machen? Ja. Okay. Ah, diesmal mach ich mit. Warum bist du so schnell? Weil ich dashe. Ah, schlimm, ich kann doch... Wir müssen erstmal Team wechseln. Welches? Äh, wirklich blau. Ey, hast du eigentlich Farbe für mein Schild und so? Ne, grad nicht dabei. Oh, schade. Hm. Ich glaub mit dem Schild und so muss es ändern. Obwohl, ich glaub ich hab selbst Farbe. Ja, oh man. Okay, komm. Okay, let's go. Alter, ich kann mir die ganze Zeit nicht... Ja, jetzt geht's. Ich komm die ganze Zeit nicht der schon eher unten wie ich. Das ist aber schön. So, wo ist die Richtung? Ja. 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 Ja, es geht die Richtung. Warte mal, ich mach mal meine Box aus. Fack mich ab. Ah, hab ich fast vergessen. Mein Stirn... Oh, Scheiße. Das stimmt. Ich kann ja auch einen machen. Aber nur so einen kleinen. Ich kann auch nur einen klein. Ich bin ja auch... Ich bin ja auch... Äh... Narkant. Ich bin ja nicht... Sammler. Nicht der runter. Ja... Was ist denn da oben? Alter. Alter! Komm her! Njum.. Njum.. Njum... Hier? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Hier runter, glaub ich. Das war's. ja 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 ich fasse direkt neben mir irgendwie was ist denn das? da ist nicht weiter da ist ja Pelletien das ist der Kugel das war nicht mehr für alle Ja stimmt, hab ich sogar wirklich. Das war aber auch mal mit der 3-3-3-3. Hab ich auch, ja, aber nicht im Schwein drin glaub ich. Ne hab ich nicht. Dann noch eine Dette. Ja, verquatscht vielleicht. Kannst du mir wie erstmal aufrüsten? Äh, die musst du hier nach vorne packen. Genau. Und dann musst du halt irgendwie... Genau. Ja, egal. Ja. Jetzt sind wir auf die Kuh raus. Wo auch immer diese Kuh ist. Ja. Hä, was macht denn hier ne Wasserkiste? Nein. Ich bin im Granit-Biom und hier ist ne Wasserkiste. Ja, ich bin im Granit. 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 Ja, ich bin im Granit. Oh, ne. Wot the fuck, was ist das so ne komische Dette? Hä? Auf jeden Fall jetzt ein Halt. Was ist das? Oh, das ist ein Gerät. Peter, wo sind Sie? Ich bin weit unten. Das ist gut, ich bin. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Oh, fein. Ich bin so schnell. Äh, schnell. Äh, warte. Wie sieht denn halt die Kisten aus? Wie sieht denn halt die Kisten aus? Wie sieht denn die Kisten aus? Wie sieht denn die Kisten aus? Aber ich nehme die Funke. Da ruft die Fiera nichts. Ah, hier ist noch was. Tränke, Tränke, Tränke. Widerlebensband. Da ruft die Kisten aus. Und schüppel nicht weg. Jum. Hau mal. Oh, ich bin da einfach in Götz. Ich bin die ganze Zeit noch weg. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Spachenlehrt. Baby. Oh, hier fällt auch immer raus. Wir haben die ganze Zeit in Götz. Hä? Peter, wo ist Plantera? Ich glaube, das ist... Ach, nee. Wieso bin ich eigentlich voll Leben und du hast nur noch 123 oder sowas? Ja? Ja, guck mal wieviel Leben du hast. Hallo, Johan. Hallo. Weißt du, nirgst du auf dem Handy? Nee. Du bist cool auf dem Handy. Das ist ein paar mal gespielt jetzt. Ach so. Oh. Kann man das runterladen? Ja. Was denn? Das freut mich hier. Äh, die hat schwimmen runtergeladen. Was? Schwimmen. Bis nächste Woche. Kugatenspiel. Ah. Okay. Oh, hier sind wir bitte ich hier. Aber hier wollte ich auch sagen. Hier geht es irgendwo rein. Oh, Kugatenspiel. Ah. 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 Stab heißt Rute jetzt gemacht. Stab heißt Rute jetzt gemacht. Stab heißt Rute jetzt gemacht. Oh. Oh. Da muss ich nicht. Ah, ich weiß nicht. Ich glaub, die Planzierer ist schon lang zu sitzen. Wenn ich nicht. Ah. 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 So. Easy. Ah. 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 Hey. Ah. VIDEO Sauce Ist wird's bei dir eigen oder was? Nein. Nein. Lava? Das rua wir schon? Ja. Was machst du? Was machst du? Nein! Danke. Jorge V自己imeterze. Bei dir aus und bei mir beginnt. Eih. Tages. Wie lange war es 10 Kilogrammero sympathisch? Ist das eine Lava? Ist doch klar, soll ich rein, mhhhhh Oh, das ist schön, das ist nicht später Du holst dich hin Nehmen wir mal, bist du respawned, schön Zoom doch einfach komplett raus Also so weit wie es geht Und dann siehst du ja wo ich bin Pfff, natürlich bin ich der Wolf Weil ich muss der Karte folgen Hier runter Jo, das ging schnell Alter, wo ist Plantera Oder wollen wir irgendeine Farm bauen Schau, ja Ne, irgendwas anderes Keine Ahnung Ja, weil ich die... Hä, was ist das im Chat? Was ist die Chatnachricht? Ich hab mich teleportiert Durch eine Warnklappart Und dann wurde ich auf andere geschickt Achso, das kann sein Du darfst dich halt nicht zu oft damit teleportieren Mit der Route Also Okay, mach mal Warum ist das passiert das? Ja, natürlich Ja, natürlich Irgendwie muss man den Chat drauf Ah, ne Mimic Ja, ne Mimic Ja, ne Mimic Ja, ne Mimic Ja, 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 ja Wenn man diesen Button macht Ja Warte, wie klingst du Ich steck wieder auf Du musst nochmal auf dieses Bubble Ding klicken Oh, ich hab... Oh Gott Oh, Digga Oh, du hast die Krakenschwester getötet, du Lappen Ich? Nein, Schatz Ich bin eher du Hä, ich bin ganz weit weg, du Lappen Ich merke gerade, wir sind auch nicht... Ich bin voll nicht voll weit weg von denen, wo ich eigentlich sein möchte Oh, Spiel Oh, weißt du? Und der Händler ist tot Als wenn Digga, prisst euch mal Oh, wenn aber auch die ganze Zeit die Türen offen sind, ne? Kein Wunder Die Mpcs machen die ganze Zeit die Türen auf Ach, ne Boah, jetzt kommt auch dieser Fischer Oh Mann Bleib doch mal drin Ey, ich schwelde jetzt ein Nein, nicht eins spüren Warum? Weil die sonst böse werden Kann man jetzt irgendwie, ähm, Schuhspikes mit Kletterklauen vermischen? Ja Wie denn? Ähm... Angetinker... Workshop Irgendwie so wie das heißt Was? Digga Digga Wieso sterben die alle? Die machen die Tür auf Die gehen aber nicht freiwillig raus Doch, dieser kleine Fischer geht die ganze Zeit raus Haha, geil Nicht gern die andere Mann, wo mischt man das denn? Also diese Fußpikes Ja, an dieser Tink, äh, an dieser Äh... Goblin Station Die man von Goblin kauft Aber ich weiß gar nicht, ob die die in dieser Welt haben Eigentlich Ich glaub auch Hast du das Radkreuz? Warum hab ich vielleicht Hä? Warum mischt ich denn da? Ja, weil du gestorben bist Ah, schon wieder Mimmeln und ich will kurz vorm Tor Ahhhh Ich hab noch Ich hab noch eine neue Pistole Oh, du bist so schlecht Ich hab noch nicht Ich hab noch so eine Visionen Ah? Ich möchte Farben haben Hast du hier irgendwo in den Küsten Farben? Ne, ich glaub nicht Das ist die Expertenmoduswelt, glaub ich Kriegt man da keine Farben? Doch, hä? Das ist heute die dumme Frage Warum sollst du noch irgendwie Experten, wo du es keine Farben kriegen? Ich hab's wohl doch gesagt Als wenn man hier keine Farben bekommt Nein Ja, wir haben hier keine Farben Weil das die Expertenmoduswelt ist Wo wir noch nicht so viel gemacht haben Ah, das ist schwierig Und ich weiß noch nicht mal Ob ich hier die mechanischen Bosse besiegt hab Deswegen frage ich mich auf die Suche Oh, Leuchtkugeln, die nehm ich gerne Aber Boah Lappen Aber ich sterb gleich Ich sterb gleich Fuck Mach mein Geld 189 Platin Scheiße 189 Platin hab ich verloren Ich hab gar kein Platin mehr Nein 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 Warum bin ich so dumm? Schau dich ÖTom Ich komm dir nicht Oh 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 Nein Ja Ich habe richtig viele Haftabrische Ich hab mal Haftabrischen Oh ja, aber Haftabrischen Ja Das hat er schon immer Du musst auch als normale Farbe benutzen. Nein. Ich muss die Farbe ver- aber du hast die Regenbogenhaare. Das ist mir egal. Was ist meine Farbe denn? Das ist mir egal. Du hast sie getrunken glaube ich. Warum auch immer du hast sie getrunken. Weil dann kann man das nicht. Keine Ahnung. Das hat sich aber so angeredet, dass du einen Trank getrunken oder sowas. Warum kann ich so hoch nehmen, weil ich meinen Ballon nicht ausrüsten? Warum habe ich jetzt die Welt wechselt? Ok, gut. Die Welt war eh scheiße. Oh Gott. Wie machen wir jetzt Moonlot? Ja natürlich schon 68 Minuten. 68? 16 Minuten noch. Achso, mehr Spieler? Ja. Oder wollen wir auf den Server hier? Auf den da. Das auf unseren alten Online-Server. Ja, ok. Den wir immer gemacht haben. Da kann ich nämlich wie ich meist meine Haare färben und so. Achja, echt? Ah, ich hab mein Fuß eingeschlafen. Hilfe. Ja, du kannst es eigentlich joinen. Ich bin jetzt schon drauf. Ja, ne kann ich nicht. Dann bist du schlecht. Ah. Saas? Ja, moi. Ja, moi. Ja, moi. Ja, moika. Das ist nicht meine Truhe. Nein. Nein. Das ist meine. Du Lash. Ah, weißt du was? Ich mach jetzt was cooles. Pass auf. Wo hab ich jetzt noch? Uhhh. Jojo. Den hab ich. Den hab ich? Jojo. Warum fehlt mir eigentlich was? Sohn'n Stein. Die haben es Podden, nimm ich gern. Die lässt du da drinnen. Meine. Ok, komm. Ich hau dich. Oho, Raketen sind die denn die Fassel? Ich hab so riesen, ich mach alle meine Dämonitbahnen So, mach dich bereit, er kommt Oh nein, er kommt Abweil, mach mal weg Ja, geh halt noch weiter weg Du bist so einfach ne Scheiße, ey Okay, jetzt ist er auf Ja, er ist auf mich gefucklst Komm, wie schnell die Fassel sind Ich bin auch gleich hier Ich bin auch gleich Warte mal Warte mal Ich muss halt irgendeine Wester Wo bist du denn hin? Wo bist du denn? Ah, hier Jetzt geh auf dich, nein Viel mehr Ist meiner Ist mein Gott, ist mein Team Mein Gott Wie schießt du denn mit dem Fuchs? Das macht nur den Wööö, das macht mehr Damage Aber ich steh' mir beide Und jetzt Also eigentlich soll ich das ganz gut kriegen Wie das verglebt Zwei Augen sind weg Jetzt ist mir noch auf das linke Warte 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 Oh Wow Ist Du kräftest dir aber keine, ne? Weil sonst mach ich... Du Kacka! Du hast mir einen hinzugeworfen, du Lappen! Du kräftest dir die ganze Zeit die Wolken hinzu! Du legst dir jetzt wieder zurück und ich... Hau dich! Ich weiß was! Ich hau dich! Ja? Okay, ich hau dich! Weißt du was ich jetzt mache? Weißt du was ich jetzt mache? Weißt du was ich jetzt mache? Ich tue es, ich tue es! Weißt du was ich jetzt mache? Oh scheiße! Du hast das Haus getroffen, nur Lappen! Ja Tigger! Hättest du gedacht, dass du eine Bombe weichst? Du kannst auch gar nichts, ne? Du kannst wirklich gar nichts! Guck dir mal die NPCs an, wie trau ich sie jetzt gucken! Ah! Und ich kann nicht bauen, Alter! Alter, hab ich da nicht in den? Ja! Meine Mutter, mein Schatz! Jo, die... Die sind einfach so... Lass mal auf, dir die Scheiße zu machen! Oder ich töte nicht! Ich hau dich! Ah, was soll das da? Ich nehm mich jetzt rechts hier weg! So! Mach dich bereit! Er kommt! Ey, mir ist der Lappen! Äh, blau! He! Ja! Er geht schon blau, ne? Cool! Ich seh's aber nicht! Ja, weil du auf den Jujo hast du rausgelegt, ne? Ja, die sind zusammengelegt, ne? Ja! Er geht auf das... Er geht auf das... Er geht nicht auf das obere... Hier! Rechts! Jetzt oben! Ok, jetzt rechts! Jetzt links! Wenn die nochmal zu weit weg... Wenn's knapp wird, muss ich mir zum Neus gehen, die ist unter uns! Er geht schon hin! Es ist knapp! Ich hab noch hälfte Leben, also... Oh, jetzt wird's knapp! Ah, drei Sekunden später! Der, komm mal hier weiter rüber! Du kannst ja auch nicht ohne mich weitermachen! Wieso machst du dir denn auch ins Haus rein, Liga? Ja! Und jetzt in den Tor! Ja, ich geh dann raus! Hallo Neus! Hallo Neus! Hallo Neus! Hallo Neus! Hallo Neus! Danke! Ich... Ja, ich war auf 30 oder so! Jetzt hab ich mehr Zeit zum Fliegen! Dann hab ich mehr Zeit zum Fliegen! Dann hab ich mehr Zeit zum Fliegen! Hahaha! Der denkt, er landet da! Nein! Nein, das ist meins! Ja! Ja! Ich hab alles! Ich hab alles! Alles! Ich hab noch nie was vom Urlaub bekommen! Dann mach den doch alleine! Ja, gib her! Mach den! Spawn den! Ich weiß, wie man jetzt warst! Ja, weil du die Ferrari auch noch nie durchgespielt hast! Nur mit mir! Ja! Mhm! Was mach ich mit dem Schönes! Ah, warte mal! Guck mal, hier das hätte ich bekommen! Das hast du doch schon, du Lappen! Ja! Soll ich die Karte? Ja, wo ist das? Das hast du doch einen anderen Charakter, du Lappen! Ja, auf welchen! Kara oder sowas! Tschüss! Schara! Haha, tschüss! Ich geh mir das eben holen! Meine Hände einfach knieren, ey! Ja! Inzwischenzeit mach ich erstmal so einen geheimen Bunker! Ich hab Welt 1! Ich weiß, dass du hier so denkst! Ich weiß, wie meine Mama hat so viele Papier! Oh ja! Oh, ist das gut? Das ist... Oh, jetzt bin ich mit der Faschen! Ja, ja, ja! Inzwischenzeit mach ich Mut! Ja, ja, ja! Iiiiih! Nee, warte, ich mach was anderes! Ich glaub ich hab das... Oh, ich mach was anderes! Warte! Ja, getan! Das ist, glaub ich, ganz gut! Kann ich das darauf platzieren? Schade, nein! Egal, ich mach... Ja, ich hab das nicht! Ich mach das... Ich mach das... Ähm... Guck, ich hab das nicht! Aber ich hab ein Sprungzimmer, den ich gerne haben will! Dann hast du auch so einen Charakter! Ich hab auch noch nie einen anderen Charakter benutzt! Ich hab das nicht... Ich hab das nicht! Oh, ich hab das nicht! Und ich hab das nicht! Das war so lange! Ich hab das nicht! Hörp! Hörp! Ja, komm einfach mal rauf! Ich hab das nicht! Ja, komm einfach mal rauf! Hier geschehen Dinge! Was? Hier geschehen Dinge! Voll komisch, irgendwie! Alles ist lila, irgendwie! Ja, weißt du warum? Weil... Wieder lila! Ich weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie ein Bug, glaube ich. Also bei mir ist alles blau. Ja, aber komm mal zu mir. Guck mal, bei mir ist alles blau. Ja, aber komm mal zu mir. Ja, guck, also das ist Lidia, warum ist das so? Ich weiß nicht. Weil wir reisen, wir sind echt gewöhnlich. Nee. Hören wir heraus, woran es liegt und dann gebe ich dir das Schwert. Ja, da hinten ist es nicht. Also es muss in dem Bereich sein, wo es pink ist. Nein, nicht abbauen. Du geistig kranker Hurenkopf. Ist das irgendwie ein Objekt? Es ist ein Objekt, ja. Was ich platziert habe, ja. Irgendwo es pink ist. Also... Nein. Das ist der Manipulator, wo immer die Sachen herstellt. Loppen. Geil, Alter. Nein. Das ist ein Bild. Man kann es aktivieren. Also man muss es platzieren und aktiviert haben. Nein. Nein. Warum schlägst du mich? Nein, das ist ein Grabstein, du Lappen. Ich gebe dir einen Tipp. Guck in der Nähe dieses Hauses hier. Am besten wäre es, wenn du voll rauszoomst. Was bringt das? Das ist... Kennst du noch die Säulen? Ja, das ist das. Machst du das Stripe? Was? Was ist das? Hier ist das Schwert. Miep! Geil! Okay, hier. Oh Mist! Warte. Und? Weißt du, was ich jetzt sage? Ja. Warte mal, wo ist denn der... Ne, da. Alter! Ich mir gebe Team Blau. Du bist nicht Team Blau. Wollen wir jetzt eine Farm bauen? Weil hier haben wir richtig gut Fläche. Ich bin jetzt einmal ehrlich jetzt. Ich bin hier hinten. Die Heilige Toilette, Alter. Das ist schön. Das ist schön. Jetzt komm her. Bande dich. Ich hause. Das geht sogar wirklich. Das wär du. Slösch. Bin. Bissen. Jan. guck ich hab dich gebannt ich kann nicht gut gemacht mal kiste zu was ist mach hier kaputt nein das macht manner verbrauch nein ich hab nur zweihundert mana wieso nicht komm mach mal was ist das? was denn? ich will da reingucken okay scheiße